Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Igeleis, dies ist nun das fünfte und letzte Weihnachtsspecial 2019. Heute möchte ich euch zwei interessante Kräutereinhalatoren unter 100 Euro vorstellen. Es handelt sich um den Smono Basic und den Smono One. Am Ende des Videos haben drei Zuschauer die Chance, jeweils einen Bundle, bestehend aus einem Mighty und einem Crafty von Storz und Bickel zu gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, das erfahrt ihr im Laufe des Videos. Ein herzlicher Dank gilt an dieser Stelle an VaporizerMarkt.de, die uns diese tollen Produkte für das Video freundlich zur Verfügung gestellt haben. So schaut die Verpackung des Smono Basic aus. Wir haben oben einen Smono Basic Schriftzug und ein paar Informationen zum Produkt selbst. Auf der einen Seite sehen wir eine Skizze des Smono Basics, auf der Seite gegenüber ebenfalls. Auf der Rückseite sehen wir ein paar Features zum Inhalator sowie die Angabe zum Lieferumfang. So, let's see what's up inside. Im Lieferumfang befindet sich selbstverständlich das Smono Basic selbst und noch folgende weitere Dinge. Eine Bedienungsanleitung in Englisch und Deutsch, ein USB-Kabel zum Laden des Akkus, eine Reinigungsbürste und ein praktisches Füllwerkzeug. Kommen wir nun zu der Verpackung des Smono One. Wir haben oben einen Smono One Schriftzug und ein paar Informationen zum Produkt selbst. Auf der einen Seite sehen wir eine Skizze des Smono One, auf der Seite gegenüber ebenfalls. Auf der Rückseite sehen wir ein paar Features zum Inhalator sowie die Angabe zum Lieferumfang. Somit ist die Verpackung bis auf ein paar kleine Unterschiede, sehr ähnlich zum Smono Basic. Im Lieferumfang befindet sich wie nicht anders zu erwarten der Smono One selbst. Wir haben hier ebenfalls eine Bedienungsanleitung in englischer und deutscher Sprache. Des Weiteren finden wir noch einen Ersatz-Silikonfilter im Lieferumfang. Und eine kleine Tüte mit einem USB-Kabel, einer Reinigungsbürste und einem Füllwerkzeug. Verdampfen könnt ihr bei beiden Produkten eine Vielzahl von Kräutern. Meine Lieblingskräuter, gerade zur kalten Jahreszeit, sind hier Lavendel oder Salbei. Aber auch Baldrian kann am Abend sehr beruhigend wirken. So schaut das Smono Basic aus der Nähe aus. Die Bedienung erfolgt einfach und simpel mit einer Multifunktionstaste auf der Vorderseite. Das Mundstück besteht aus Glas. Auf der Seite finden wir die Ladebuchse und auf der Unterseite einen Regler für die Luftzufuhr. Nach fünfmaligem Drücken der Taste schaltet sich das Smono Basic an bzw. aus. Blinken nach dem Einschalten die LEDs dreimal auf, so ist das Smono vollgeladen. Durch Drücken der Tasten können wir sehr einfach die Temperatur einstellen. Um den Smono Basic zu befüllen, braucht man lediglich das Mundstück abziehen und kann die Kräuterkammer mit der Hand oder mit dem mitgelieferten Befüllwerkzeug befüllen. So schaut das Smono One aus der Nähe aus. Dieser besitzt drei Tasten zur Bedienung. Die Ladebuchse befindet sich auf der Unterseite. Und eine kleine Luftöffnung an der Seite. Befüllt wird das Smono One genau wie der Basic, indem man das Mundstück abzieht und die Kammer befüllt. Beim Smono One befindet sich noch zusätzlich ein Silikonfilter im Mundstück. Diesen kann man ganz einfach je nach Bedarf austauschen. Um den Smono One einzuschalten, muss man dreimal schnell die mittlere Taste drücken. Zum Ausschalten ebenfalls. Um die passende Verdampfertemperatur auszuwählen, nutzt man die rechte oder linke Taste. Somit bieten beide Verdampfer eine einfache und komfortable Bedienung. Smono bietet mit dem Basic und dem One-Modell meiner Meinung nach zwei interessante Kräuterverdampfer unter 100 Euro an. Der Smono Basic bietet drei unterschiedliche Temperatureinstellungen. Der Smono One bietet eine gradgenaue Einstellung von 160 bis 221 Grad. Der Basic ist kleiner und kompakter, aber auch der One ist handlich klein und bietet zusätzlich ein schlankes Design. Beide Geräte heizen rechtzügig auf und sind meiner Meinung nach perfekt für Anfänger bzw. Einsteiger sehr gut geeignet. Die Dampfqualität vom Smono One empfinde ich persönlich etwas angenehmer, da man die Temperatur hier flexibler einstellen kann. Sollten einem die drei Stufen des Basics reichen, so macht man hier auf jeden Fall auch nichts falsch. Welchen der beiden Kräuterverdampfer man letztendlich kauft, sollte jeder für sich selbst entscheiden, denn für unter 100 Euro bieten hier beide Produkte meiner Meinung nach eine gute Leistung. Wie am Anfang versprochen, können drei glücklich jeweils ein Bundle bestehend aus einem Mighty und einem Crafty von Stolz und Bickel gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, das erfahrt ihr gleich. Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein und im Falle eines Gewinns dies auch nachweisen können. Ihr solltet als Zeichen eurer Treue unseren YouTube-Kanal abonniert haben und eure Abonnenten auf öffentlich stehen haben. Wer einen Kommentar unter dem Video postet, was er mit einem Mighty bzw. Crafty vorhat, kommt zweimal in den Lostopf und hat somit eine doppelte Chance an dieser Verlosung teilzunehmen. Um teilzunehmen müsst ihr lediglich eine E-Mail an special.igleis.de mit dem Betreff Mighty Crafty Bundle schicken. Ihr solltet in der E-Mail den Link zu eurem YouTube-Kanal posten oder euren YouTube-Namen, damit wir auch sehen können, dass ihr ein Abonnent seid. Die Verlosung endet am 12.01.2020. Unter allen Teilnehmern wird per Zufall der Gewinn ermittelt. Solltet ihr gewonnen haben, erhaltet in der Woche vom 13.01.2020 eine E-Mail von uns mit der Bitte, uns eure Adresse mitzuteilen, damit euch der Gewinn auch zugeschickt werden kann. Der Gewinnenname wird von uns in gekürzter Form auf unserer Facebook-Fanpage veröffentlicht. Ein Beispiel dafür wäre, aus Max Mustermann wird somit Max M. Punkt. Eine Bar-Auszahlung oder Übertragung des Preises ist nicht möglich und eine Mehrfach-Teilnahme ist ausgeschlossen. Bei einer Teilnahme stimmt ihr unseren Teilnahmebedingungen zu. An dieser Stelle möchten wir uns erneut bei VaporizerMarkt.de bedanken, ohne die diese Verlosung nicht möglich wäre. Weitere Informationen zu den beiden Smolos aus dem Video findet ihr in der Infobox. Wir drücken allen Teilnehmern die Daumen und wünschen euch viel Glück. Gefällt euch die Aktion? Dann zeigt es ihr uns einfach mit einem Daumen nach oben. Wir wünschen euch vorab schon einmal frohe Weihnachtstage und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2020. Bis zum nächsten Jahr. Euer Igleis Team.